Okay. Ach, dieses Level. Hey, Squawks. Willkommen bei Squawks & Co. Heute geht es um das Leben der Bienen. Und der Libellen. Also, um genau zu sein, um Insekten. Und wie man sie tötet. Das geht ganz einfach. Man muss einfach nur mit Nüssen nach ihnen werfen. Dann gehen sie tot. Geht ganz einfach. Aber man muss sie natürlich auch treffen können. Also man braucht Zielwasser dafür. Das Wort hab ich von Femm. Und, ja. Hm? Ah! Oh Gott! Wo kommt das denn her? Ja! Das geht ja gar nicht! Hallo! Tschüss! Ich bin ein O! Ooooooh! Ein O! Also es heißt vor der Sternentonne, ne? oh ja Auf eine Banane in den Dornen achten. Ah, ich sehe sie. Ach, fuck it. Habe ich schon mal gesagt, dass ich keine Dornen mag? Da oben nicht. Ja. Ach, scheiße. Fuck yeah! Oh, warte mal, was ist denn hier noch so? Ups. Äh, das hättest du nicht tun dürfen! You shouldn't have done that, Fluffy. You shouldn't have done that. Oh, what the fuck? Oh. 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 Wird ihr wieder hier? Mal sehen, ob ihr euch seit dem letzten Mal verbessert habt. Oh. Oh. Ja. Konntest du? Ja. Nicht schlecht. Fast hättet ihr es nach ganz oben geschafft. Macht nichts. Ihr könnt es ja noch einmal probieren. Ja. Ja. Das heißt, wir haben jetzt 30. Fuck yeah. Mal sehen, wo haben wir denn die nächste Krä... Da haben wir schon. Da haben wir auch. Ach. Und das ist die... Da haben wir ja schon alles. Dann haben wir ja hier schon alles! Na, das find ich, wenn... Das find ich aber ganz doll. Äh, ne, da wollte ich nicht. Ich wollte dann eigentlich nach oben. Nach oben wollte ich... Aber irgendwie hab ich jetzt Bock auf eine runde Achterbahn. Eine Albtraumfahrt? Ach, kommt schon, Leute! Eine Albtraumfahrt! Eine Albtraumfahrt! Oh yeah! Woohoo! Und jetzt früh, ja! Dieadlhi, dieadlhi, dieadlhi... Entschuldigung, dass ich jetzt grad nicht rede. Ich muss nicht konzentriern. fuck it na, hat doch Spaß gemacht okay, das reicht aber auch jetzt kommen wir zur nächsten Welt und das nächste Platz die nächste Welt da haben wir schon alle okay, mal nachschauen da haben wir da haben wir da haben wir da haben wir genau, da haben wir auch ja, haben wir überall na, na, na okay, dann King K. Roots Reich Bitches äh, hier, King K. Roots Reich da haben wir da haben wir da haben wir Klappers Höhle äh, Klappers Höhle ist warte mal, welches Level ist er denn? Ich kann nicht zählen eins, zwei, drei viertes Level okay vor der Sternentunde direkt am Anfang hoch an Haken Bonus Level nach Bonus Level sofort wieder hoch bei K. Föckung okay sofort am Anfang hoch ... ... Ach, fuck it ... ... Bonus Level, das ich nicht gesehen hab. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Okay, nochmal, 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 ich hab's nicht gesehen. Yay. Fast 60 Bitches. Nein. Okay, alle Bonusse haben wir, aber der gute Diddy Kong darf nicht. Der gute Diddy Kong darf natürlich nicht fehlen, wenn wir die Dika-Münze finden. Auf geht's. Du schaffst das, du schaffst das schon. Liebe Dixie Kong. Go Dixie, Dixie Kong. Die Münze haben wir schon. Oh Bitches. Yeah. Wie sagt ihr mal Bitches? Äh. Äh. Wie sagt ihr das? Äh. Versteht das nicht? Oh yeah. Wir haben sie. Okay. Ähm. Ketten. Ketten. Ketten, Ketten. Ketten, Ketten. ... ... ... ... ... ... Nach der Sternentolle wo ständig zwei Kugeln runter kommen befindet sich eine Banane zwischen den Ketten Hier rechts in die Wand Nach dem Kettennetz mit Bienen Ok Gut, dass es nur dieses Level ist Ich mag das ja Fuck Ey Fluffy, du musst doch aufpassen Was soll denn der Quatsch Ich wollte die Musik einfach nochmal hören Jetzt spring da höch Die wollen mir meine Glatze polieren Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020